Hallo, hier ist Ronja und heute begeben wir uns ins Land der, ich weiß nicht, ob wir die Kriminellen sind, weil ehrlich gesagt ist das Spiel ganz schön... Nein Ronja, wir sind die Helden. Wir sind die Helden. Wir verkrügeln Kriminelle, also Topps verworren ich. Topps arbeitet hier schon am Criminal Boss, da helf ich dir mal mit. Ja, wollen wir einen Boss machen? Ja, los, komm. Machen wir nicht schon einen Boss? Ja, machen wir jetzt hier den Boss. Mein Backpack ist voll, ich hab 50 Skulls können nehmen. Oh, ich kann erst mir den. Du hast mir geklaut, du hast mir geklaut, du hast mir geklaut, du hast ein Sonnbeer. Ey Ronja, wenn du willst, hier liegt noch ein Skull. Wo denn? Den sehe ich, ich hab den sieht immer nur die Person, die den getötet hat. Also wir haben das Spiel noch nicht so lange jetzt gespielt. Ey doch, wir sind schon Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Topps hat schon 14 Kills. Ja, weil ich einfach vorher schon musste, wie es geht, und einfach vorher schon die Leute zusammengetreten habe. Topps war schon ready, bevor wir auch noch Annähernd ready waren. Warum würde man Punch benutzen? Punch macht nur einen Schaden und Kick macht zwei. Warum würdest du denn dann punchen? Oh, ich kann ja keine Skulls mehr aufsammeln. Ich bin auf 50. Hä? Ich geh mal an der Wand. Weiß einer von euch, wie man die Skulls ein... Pfff. Ja, du musst einfach sehen, du geh mal rein zum Haus. Ja, ich pack grad in der Wand. Hallo. Guck mal, geh mal zum Haus. Okay, ich geh jetzt zum Haus. Da musst du auf Sell. Oh. Da musst du auf Sell. Da musst du auf Sell. Ah, hier. Kann ich rennen, irgendwie? Ja, nee, eigentlich nicht, glaub ich nicht. Ey, ich finde es übrigens sehr gut, dass ihr Spaß habt, aber ich krieg grad an der Wand fest. Ja, bloß, es kommt davon, weil du die ganze Zeit... Ey, seht ihr das? Da läuft einfach einer... Man kriegt nur 500 Coins für 50 Skulls. Das ist ja was, gell? Ich wollte einen betoniert. In die Wand betoniert. Wie siehst du das? Warte, jetzt seh ich dich nicht mehr. Jetzt bist du, glaub ich, komplett in der Wand und nicht mehr an der Wand. Für mich. Das ist die Stelle aus Avengers, wo in die Wand reingepracht wurde hier, Iron Man und so. Das ist so merkwürdig. Also... Hä, das war Star Wars. Ihr sollt ja so die ganze Zeit so in die Luft treten. Ey, okay, also ich seh hier... Charakter zurücksetzen. Okay. Jetzt hab ich den Uf gemacht. Jetzt hast du den Uf gemacht. Okay, ey, sag mal, wo kann ich mal das Großes verkaufen? Okay, wo können wir uns was Upgrade-mäßiges kaufen? Wie viel Geld brauchen wir dafür? Battle for the Death. Machen wir da mit. Ja, battle. Battle. Ich hab den Uf gemacht. Ich auch gemacht. Okay, warte, wir kämpfen gegeneinander. Wir kämpfen gegen Van-Kaffee. Ey, keine Angst, keine Angst. Wir sind... Wir haben den Massenbonus. Ey, ey, der kriegt den Damage. Ja, den machen wir. Kaputt. Guck mal, der drückt I. Der kriegt den Van. Really? Ja. Ich dachte, das ist der Plan. Ha, ha, ha. XD. Hat der erstellt? You got no chance. Ich bin mir nicht sicher, was... Also, müssen wir jetzt gegen den PvP'n? Ja, ich glaub, wir müssen gegen den PvP'n. Aber wann geht's los? Ich glaub, wir müssen einfach auf ihn zulaufen und... Say your last. Say your last sentence. Der droht uns, Tops. Ja. Say. Ich muss noch trainieren. Ich muss der beste Verbrechensbekämpfer sein, den es gibt. Okay, keine Sorge, Flo. Und ich mach'n dir nach... Ah! Der hat dich gerade gekillt, obwohl ich dich nicht mehr angeschaut hab. Ja. Ey, du kannst ja auch ein Thanos sein, ne? Oh nein. Aber da musst du dir... Da musst du doch richtig viel Roblox ausgeben. Komm, ich frag' dir jetzt. Teach me. Teach me, senpai. Habt da nur ein Typ so... Say it. 16 Millionen. Ja, geil. Wie hat er das gemacht? Ja, das ist jetzt unlucky, dass wir gegen den gekommen sind. Ich hab' gedacht... Ich seh's. Ich hab' gedacht, wir haben Vorteil durch Menge. Es sieht so troll aus, weil Flo einfach da steht und der die ganze Zeit so tritt. Nein. Nein. Der klappt mir den. Ey, keine Angst. Irgendwann wird er umfallen. Meinst du? Vielleicht hat er einfach so viel... Ja, hab ich gewonnen. Ja, hab ich gewonnen. Das ist der gleiche. Das ist der, der die ganze Zeit schon PvP Champion ist. Geronja. Okay, wir kaufen uns jetzt was Schönes. Adapt. Overcome. Okay. Wir müssen das... Wir kriegen das jetzt. Ja, wir kriegen das. Ja, ihr kriegt das. Wir müssen uns anpassen. Richtig. Ability Upgrades. Ich sage... Ihr könnt euch auch besser Rucksäcke holen, dann könnt ihr mehr von dem Zeug, von diesen Totenschädeln lagern. Wir brauchen 2000 Münzen. Ich kann mir bei zweiterminkaufen, wenn ich ein bisschen mehr farm. Also, ich brauch 2000 Münzen. Damit ich was machen kann. Was willst du denn machen? Äh, Upgrades. Ability Upgrades. Auf Spider-Man? Nee, Spider-Man kostet 4000 Münzen. Also, wir treten jetzt erstmal noch ein paar Kriminelle, hab ich gehört. Ja. Ach, Reut, ja. Tops ist gerade gestorben. Ja, weil ich jetzt Spider-Man bin. Was? Ja, boah. Tops, wie? Wie hast du mehr Geld als 1000? Äh, weil ich gegen uns dementsprechend die ganze Zeit einfach nur Leute trete und schlage. Ja, aber, nein. Ich kann nicht mehr als 1000 haben. Hä? Hä, warum denn? Weiß ich nicht. Brauche ich ein größeres Backpack für mehr Geld? Du kannst dir ein größeres... Hä, du kannst aber mehr Geld haben. Geh doch einfach weiter trainieren. Also weiter Leute zusammen. Nein, nein, da kriege ich nichts. Sicher? Ja. Hast du schon was auf Sale? Ja, ich hab alles schon gemacht. Oh, komm mal, das Iron Man. Hä? Hä, wieso jetzt doch? Hä? Ich bin so verwirrt. Warum hab ich draußen kein Geld gekriegt und jetzt schon? Weiß ich nicht, Rania, weil du verwirrt bist, aber... Ich bin, glaube ich, auch verwirrt. Okay, alles klar. Das ist das erste Mal, dass ich dir zustimme, aber... Was ist da los? Jetzt geht's. Oh, der Witz, jetzt geht's. Ich bin so verwirrt. Alles Gute. Ey, wie hat dieser Typ 16 Millionen... Warte mal, ich schau... Der macht das all day. Der steht morgens auf, ja? Denkt sich jetzt erst mal eine schöne Runde. Leute treten. Keine Ahnung, Leute treten. Und dann ist der da, Tag und Nacht, ja? Okay, okay. Ne, ne, ne. Das ist gar nicht nur so teuer, wenn du dir das mit Robux kaufst. Warte mal. Ich hab 9000 Robux und du kriegst für 50 Robux, du kriegst 55k. Okay. Ey, der Typ hier, der hat 70 Euro ausgegeben für sein Tor-komisch-Torkostüm. 70 Euro. Oh, der hat so lange gespielt. Kann aber auch sein, weil du kannst ja später... Aber, Dejan, ich glaub auch eher. Weißt du, dass es vielleicht ein Grinder ist, mit dem wir es hier zu tun haben? Ja, wahrscheinlich. Also würde ich jetzt von ausgehen. Ist es nicht ein Spiel, wo du siehst, wie Leute da gerne ihre Zeit reinstecken? Ja, ich finde das Prinzip gar nicht so schlecht. Wenn du es so siehst, du kannst es nach und nach, du bist immer stärker, siehst hier. Ich bin jetzt doch schon Spider-Man. Und dann gehst du in die komische PvP-Battlesache und slappst die ganzen Leute. Ich hab jetzt Kreuz gekauft, okay? Ich bin jetzt rich hier. Du hast, du hast drei... Okay, alles klar. Wir können nicht gegen Flo gewinnen, weil Flo ist pay-to-win. Das hat drei Euro gekostet. Ja, ja. Wie viel hast du jetzt gekostet? 27.000. Finde ich schon frech, ne? Aber das ist 2,78 Euro, das gekostet. Okay, ich mach jetzt, glaub ich, mehr Kick-Damage, wenn ich das richtig sehe. Äh, sehe ich schon, was hast du jetzt... Hauptsache, ich kann mich nicht nur was kaufen. Ich kann nur Black Widow werden. Du wirst? Soll ich Black Widow werden? Mach man ja? Ja. Wo bist du? So, komm. Ich bin euch tot. Okay, du bist tot. Jetzt bin ich gerade geuft worden. Oh! Cool. Nice. Hallo! Ich hab noch nie deine weibliche Seite so gesehen, Flo, aber... Ey, das war so ein Scam, was ich mir gekauft hab. Okay, aber das kann ich jetzt? Weiß ich nicht. Vorderwarte Typen wieder zu ne PvP-Warte raus. Kann ich das zählen? Keine Ahnung. Wow. Tja, tops. Oh, nee, was, du hast den geschnappt? Ja, ich kann die mit so spinnenetzen abschießen, dann krieg ich alles. Oh, doch, nee! Ich hab Kampfkünste und Pistole jetzt als Waffe. Okay. Ja, dann kannst du die Leute garantieren. Ey, na, komm, komm, wir machen den Tor-Typen jetzt easy. Ja? Zu dritt? Schau mal ran her. Besser Backpacks, für die bessere Backpacks, für die bessere Backpacks. Oh, oh! Oh mein Gott! Holy moly, du hast den Schuss nach... 20 damage! Holy moly! Battle to the death! Ey, warte kurz! Just join mal rein. Oh ja, tops ist schon drin, ne? Tops schießt schon mit dem Schneeball. Ich bin auch drin. Der trifft mich! Junge, was macht der? Ja, das hat der bei mir auch gemacht! Er hat sich nicht mehr angeguckt. Warte, du bist auch schon tot? Flo, bist du tot? Ja, der hat mich gewandelt von... Was? Come on! Ja, ich glaub, das ist, äh... Das ist aber frech. Das ist imbalanced. You have no life. Dann schreibst du dem Schippen jetzt. Leidigst du ihn persönlich. Guck mal, rechts oben siehst du halt, die sind normalen Spieler, ja? Guck mal, da sind wir mit 1600. Ja, sind wir dabei, ja. Genau, 1600. Vielleicht einer mit 25.000, das geht ja noch. Tops ist noch der Sucht-Gee mit den 8.000, ja. Ja, aber dann, dann hast du Mr. 121 Millionen. Ich bin genau so angefangen wie ihr Dingensens. Aber wann hast du angefangen? Wie viel Zeit hast du schon in dieses Spiel investiert, Tops? Nur ein bisschen, grad eben, wo wir gestartet haben. Ja, ich werd, Tops hat schon geübt. Tops hat safe. Tops ist schon die ganze Zeit am Trainieren, der ist. In Wirklichkeit bin ich der andere Typ, weiß das. Tops, warst du schon mal auf der UFCon? Auf der Roblox Convention? Warte, gibt's das? Wirklich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wollt grad fragen, vielleicht so, wenn's das jetzt wirklich gibt, dann müssen wir dann locker hingehen, weißt du? Alles gern. Ich würd da wirklich mal hingehen. Treffen wir uns auf der UFCon. Ja, auf der UFCon. Und dann treffen wir die Tortypen und dann sagen wir ihm, was wir von ihr halten. Ja, aber sowas von, dann sagen wir, one we want us in real life. Ja. Ja, wirklich. Warte, wir machen den kaputt. Ey, wahrscheinlich ist das einfach so ein neunjähriger Junge. Warum bin ich jetzt gestorben? Ah, weil ich die schicke Umhängetaschen gekauft hab. Ah ja, so ist passiert. Oh mein Gott, ich kauf die neue Handtasche. Ja, da könnte ich sterben. Genau das wollte mein Charakter auch gerade sagen. War so, oh mein Gott, habt ihr schon die Handtasche gesehen? Ey, muss man das Prisant selber freischalten? Ich denke. Oder kann das einer für uns alle? Ich glaube, das muss man selber freischalten. Wenn man's für alle machen könnte, ne? Dann wär das ja... Irgendwie ist es irritierend, Flo als Frau zu sehen. Bin ich ganz ehrlich. Sag ich... Ich fühlte das normal bei ihm irgendwie. Weiß nicht, warum wohl? Also, meine Karriere als weibliche Sängerin hat eigentlich schon ne Zukunft. Oh ja, definitiv. Also, es war godlike. Was ich mitgekriegt hab. Ja, Mann. Also, meine Stärken liegen... Also, ich glaub, Taylor Swift hab ich nicht so gut hinbekommen, aber... Aber Rihanna fand ich stark. Ja. Ansonst... Oh Gott, die könnte immer noch nicht... Wie heißt die, diese eine, diese... Let it go sing, diese eine? Äh, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß nur... Elsa heißt sie. Aber das ist ja nur ihr Charakter, das ist ja nicht die Sängerin. Was? Ich hab grad alle meine Skulls bekommen für 7k. Ja, ich bin über... Wieso werden die so teuer? Wie viele Skulls hattest du? Nein, 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 ich hab einen großen Backpack, wo 2.000. Okay, dieses Mal battle ich nicht... Ich werde battle. Ich werde schütteln. Das ist Spider-Man. Das ist Tops, glaub ich. Aber Spider-Man ist der Team. Schifo-Skin. Ja, ich mach... Ich hab gegen Tops. Ja, gegen Tops gewinnst du. Das ist unfehlend. Ja, ich hab Tops gewinnt. Nice. Tops, du hast ein negatives Charisma. Ja. Ja, genau. Das finde ich nicht schön. Ich habe gerne positives Charisma um mich herum. Die tötet, die ich eigentlich ganze Zeit bearbeite und dann... Das klingt, die ich bearbeite. Denk doch mal die Kinder. Denk an die Kinder. Nein. Nein. Das ist meiner, der gehört mir. Das ist unfair, Flo. Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche wirklich nicht mehr viel. Ich bin bald... Ich hasse dich, Flo. Ich hasse dich einfach. Weißt du? Ich danke, Tops ist mir das Leben oder echtes. Deswegen sind die Server auch nicht so voll, weil sonst würden überall nur solche Pen of the Flo sein. Und die ganze Zeit einfach daran leben, Geld zu verdienen. Warte, ich mache mal die großen hier low für dich. Schau mal. Warte. Oh, nice. Oh, dann habe ich, glaube ich, genug, wenn du den hast. Nein! Okay, das war zu viel low. Ich glaube, ich habe genug Skulls. Ja, ja, stimmt. Oh, ja. Warte. Ich kann, ich kann. Ey, Black... Jetzt sagt mal, sie wollte über Blackwood. Die sind richtig stark. Ja, hä? Die sind richtig stark aus. Im Vergleich zu Tops, Spider-Man. Ist es richtig? Jetzt bräuchte ich nur noch eine Brille. Die Möglichkeit nimmt irgendwie Geld zu verdienen, weil der Typ einfach mit seiner Knarre kommt und dann... Ah, nee, warte mal. Oh, mein Gott, ich habe gerade das Gefühl, mein ganzes Leben verkauft hier. Okay, ich gehe jetzt in die Gefängniszone. Warum seid ihr so schnell? Da ist so ein Ding, schau mal, da ist so ein Pfeilabbot nur drauf, jetzt kriegst du Boost. Ja. Bye. Du nimmst mir den jetzt nicht weg. Nein, das ist meiner. Irgendwas für dieser komische Superman hier. Oh, Loll. Okay, die haben 40 AP. Die Prisoner. Oh, he! Wer ist denn, Tops? Wen bearbeite Tops denn gerade? Oh, du bist ein schneller Schläger, he? Ich bin besser als du, Ronja, danke. Du musst dir meine größere... Besser Dingsamster holen, Ronja. Du was? Du musst dir meine ordentlichen Headhörn, mit dem noch mehr Damage machen. Hallo, ja, ich habe kein Geld. Ja, aber... Ich spare noch. Das stimmt, ey, Tops, ist nicht alles so rich wie du? Mit 8500. Ja, die ist echt so. Das finde ich schon ein bisschen unverschämt. Da kannst du schon was abgeben von, Tops. Okay. Komm, ich mach dir den Low. Oh mein Gott, Holy macht so viel Damage. Tops, lass mal, lass mal, lass mal. Ich will wissen, wie viele Rollen der kriegt hier Low Level. Tops. Tops! Das war ich nicht. Warum? Das war ich nicht. War das hier Luan hier? Ja, natürlich. Da läuft die ganze Zeit umher. Okay. Ich kann in die nächste Zone gehen. What? Den Graveyard? 20k? Du kriegst hier von denen viel mehr Skulls. Stimmt. Oh mein Gott, sehe ich gerade. Wie viel hast denn du? Ich habe jetzt... Bonja. Hier, Bonja, komm. Da kriegst du auch mal was. Auf geht's, ich derstör den Typen jetzt. Alles klar, mach den kaputt. Auf geht's. Geh down, Kid. Wo ist der? Ist das wieder hier das PvP-Wertel? Oh, ich prob's einfach. Nein! Das ist unfair, du bist so stark! So, das war's dann aber auch mit dieser Folge Roblox Hero Frag Mich Was. Wir haben gefühlt ewig lange noch weitergespielt, deswegen gibt's noch einen zweiten Part, der kommt aber heute noch nicht raus. Ich konnte das nicht in ein Video schneiden, weil's so lang ist. Wir haben locker über eine Stunde Material gehabt, deswegen freut mich auf den nächsten Teil. Bis dahin, wenn's euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau!